Du bist dran. Und jetzt? Nein, du bist dran. Achso, zu scheiße, stimmt's ja. Hallöchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge That's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Playgaddon. In der heutigen Folge habe ich vor, mit Niklas Wer bin ich zu spielen? Genau, so schaut's aus. Und ich würde sagen, du darfst sofort mit der ersten Frage beginnen. Nochmal einmal ganz kurz zur Info. Wir machen das ganze Ding jetzt mit drei Abonnentenfragen, damit es nicht zu langweilig wird und etwas schneller geht. Genau. Du fängst an. Okay. Die erste Frage. Habe ich über 100.000 Abonnenten? No, sorry man. Fängt ja schon mal ganz gut an. Mache ich Minecraft-Videos? Momentan nicht, nein. Nein? Oh man, ich war mir jetzt eigentlich voll sicher, dass du jetzt ein Minecraft-Videos warst. Nee, 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 nee. Schade aber auch. Okay, alles klar, dann bist du wieder dran. Okay, ich... Soll ich meine zweite Abonnentenfrage rausfahren, das ist die Frage. Ähm... Habe ich über 50.000 Abonnenten? Nö, Opfer. Scheiße, Mann, okay. Wir instant zwei Abonnentenfragen verballert. Ja, 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 ich... Ich frage schon mal gut nach. Okay, du bist dran. Habe ich über 100.000 Abonnenten? Ja. Okay, alles klar. Ähm, ich mache keinen... Mache ich keinen Clash of Clans? Äh, nee, du machst keinen Clash of Clans. Okay, alles klar. Bin ich unter 18 Jahren? Äh, nein. Äh, nein, schade, okay. Alles klar, aber so wird das schon mal ein bisschen einfacher. Okay, mache ich Clash of Clans? Äh, ja. Okay, bin ich unter 18 Jahre alt? Äh, ja. Okay, ähm... Eine andere Frage, die ich jetzt stellen könnte. Soll ich meinen dritten Abonnentenfrage raushauen? Das ist die Frage. Wenn du meinst... Naja, passt, mir fällt sowieso sonst nichts anderes ein. Ähm, habe ich unter 10.000 Abonnenten? Ja, hast du. Okay, das ist schon mal was Gutes. Naja, es gibt ziemlich viele unter 10.000 Abonnenten. Ja, ja, aber... Jaja, ja, ja, ja. Ok, 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 passt, 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 passt. Ok, passt, passt. Du bist dran, jetzt? Nein, du bist dran. Ach so, zig heiße, stimmt's ja. Ähm, ähm... Hast du schon mal... Ich kann gerne machen, ey. Hast du mit der Person schon mal aufgenommen? Ich? Ja, du. Nein? Ich glaube schon. Okay, du glaubst. Ja, du musst sie aber nicht wissen. ja ja ich glaube ja ich bin mir ja ich meine schon okay prozent oder so glaube ich erklärte achten okay machst du was anderes außer coc nein nein ich tut mir leid aber so alles klar ich bin über 18 jahren alles klar habe ich bin ich in der deutschen szene bekannt weiß man wie ich aussehe ja mache ich facecam ja 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 okay das schon mal ganz gut nicht so sagen habe ich über eine million abonnenten ja das heißt es können ja nicht viele seine wer weiß ich weiß es nicht ob ich so voll daneben ich weiß du hast blogge ich gelegentlich gelegen okay ich bin locker umgo oder nein 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 weil das wäre so voll zutreffen mit minecraft obwohl der jetzt ja in den letzten alles wieder angefangen alles klar wegen wegen war okay du bist dran okay du hast schon mal mit ihm aufgenommen unter 10.000 abonnenten das ist eine gute frage drei abonnenten fragen hatte ich schon ne ja hatte ich noch eine offene frage macht der facecam nein leider nicht faktor sind wenige die keine facecam machen egal scheiße man fällt gerade keiner ein ich glaube ich war okay okay habe ich schon mal mit herr bergmann aufgenommen das kann gut möglich sein ich glaube schon ja jetzt ja ja warte ich weiß ich weiß es okay nein nein das kann ja gar nicht sein ich bin so dumm ich dachte ich bin goma hd aber der macht ja minecraft ja das ist ja nicht habe ich über habe ich über 1,3 millionen abonnenten ja was hätten so viele den erwartet den er hat kreis schon zwei ich dumm dödel aber der macht auch minecraft das kann doch nicht wahr sein wer ist denn das ich 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 rate jetzt einfach mal random like ja mach mal obwohl mache ich aktiv videos ja also täglich mindestens eins ja meistens also täglich nicht aber schon oft okay schade ja dann bist du dran ja die frage ist jetzt was habe ich ich mache keine facecam unter 10.000 abonnenten mache coc bin ich gerade ist der will neuen ich bin mir nicht an den solltest du locker kennen aber ist schon stark würde ich sagen also stimmt jetzt habe ich noch eine frage die fragen rechte okay okay mach mach ja ja okay das germlet's place kann ich letztlich kann es ja auch nicht sein weil der macht eine face gern dass er das verstehe das nicht und ich bin in der deutschen szene bekannter gibt es doch gar nicht so viele doch denken wenn du den nicht kennst dann tut es mir leid also er ist eigentlich schon relativ bekannt mache ich kein beauty nein du machst kein beauty also ja also okay dann also line der nein das ist ja nicht nur ich weiß hey das ist es wird so meine letzte das ist ich man bin ich ähm wie heißt denn noch mal der typ bin ich wie heißt denn der typ man jetzt fällt mir den namen nicht ein jetzt fällt mir den namen nicht ein das ist ja nicht normal warte wie heißt wie heißt der alles klar leute ich mach du mal was ich muss aber ganz kurz nachdenken soll ich da jetzt eine frage stellen ja ich habe ich schon mal mit dieser person aufgenommen nein also soweit ich weiß nicht jetzt bin ich wieder dran die lange zeit zum überlegen mache ich grusel spiele also letztlich irgendwas gruseliges oder so ja auch ist es mein für ich den kanal alleine jaa 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 diga 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 mir fällt dieser verdammte scheiß name nicht ein es ist so abnormal ist es dieser typ der richtig krass viele abonnenten ja also ich glaube er hat schon viele abonnenten ne man hat ihn auch keiner verlinkt das ist richtig abfahrt gerade ist es sarata scheiße man ja alter endlich endlich bin ich auf diesen scheiß verdammten namen gekommen okay alles klar der ist gar nicht bei warum dabei ich glaube nicht bloß also was denn los okay soll ich dich mal aufklären ja klär mich auf Tobias spirit ach na mann hätte man doch drauf kommen können man ja ich weiß ich meine du hättest dir so fragen können keine ahnung aber der ist ja schon ziemlich ziemlich krass jetzt auch vom level und von der pokalanzahl und so weiter ja deswegen ja ja bestrafung ich würde sagen wir sehen uns noch einen kleinen cut wieder und ja bis gleich bis gleich so leute da sind wir auch schon wieder und ich habe mir jetzt eine richtig flashe bestrafung ausgedacht und zwar muss ich der thomas oh gott es ist schon krass leute muss ich zugeben und zwar muss ich der thomas richtig fresh ketchup in die haare klatschen also es ist so nice ganz ehrlich ich könnte bald schon beim friseur arbeiten und den da empfehlen was sie sich in die haare schmieren sollen ja ketchup leute ich bin auf jeden fall sehr sehr gespannt auf die bestrafung und freue mich natürlich auch schon extrem das freut mich natürlich auch dass du dich freust ja nein schade aber auch naja leute damit war es das von dieser folge werfen ich wirf natürlich dass es euch gefallen hat ja habt noch einen wunderschönen angenehmen tag und ja haut rein ciao 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 ciao